Guten Tag, die Damen. Das ist von Ihnen? Ja, es passt mir Wurst nicht mehr. Deswegen darf Frau Plänzke jetzt tragen. Naja, wenn es mir wieder so richtig gut läuft und mir geht es so richtig toll, dann denke ich an Sie und alles ist wieder so richtig schön beschissen. Apropos, wie alt sind Sie eigentlich? 25. Das geht Ihnen doch eigentlich gar nichts an. Entschuldigung, was machen Sie mit meinem Ernst? Du Bert, wo kommen denn die kleinen Babys her? Herr Kowalski, wir wollen hier arbeiten. Und das ist der Fehler. Ist das der Strolz? Eine gute Sache hat das ganze Jahr. Ja, welche bitte? Ich habe endlich ein Foto von Ihnen. Ist ein bisschen grobkörig, aber fein. Herr Kowalski, gibt es noch etwas zu besprechen oder... Was darf ich zu Ihnen nehmen? Nein, ich dachte, es wäre der Kuh für den Pornokanal im Krankenhaus. Dass Sie so gut kochen können. Ich meine, schneiden. Gott, hätte ich einen Blödsinn. Und das sogar mit einem richtigen Küchenmesser. Wie meint er das denn jetzt? Ich setze 10 Euro auf Handball. Ist Lars Vandalo und David standen sich gegenüber? Ach, nee. Ja. Natürlich. Und Sie haben wahrscheinlich noch Wetten abgeschlossen, der am ersten am Boden liegt, ne? Wo weiß denn die das? Die ist so. Wie ist denn das bei Ihnen, Herr Koslowski? Hat sich Ihre Frau noch nicht beschwert? Ähm, Kowalski. Nein, nein, ich bin nicht Weihraut. Gut. Na, dann eben Ihre Lebensgefährtin. Die hat die Klappe zu halten. Naja, ich meine, wenn die existiert, hat auch nichts zu melden. Wie ich jetzt vergesse. Ich hab sie im Auge. Was meint denn der damit?